Hallo zusammen, ich bin Dr. Christian Behrendt. Heute geht es um die Frage, wie lange bleiben Beinschmerzen nach einem Bandscheibenvorfall bestehen? Ja, ein Beinschmerz durch einen Bandscheibenvorfall entsteht dadurch, dass wenn der Vorfall im Rücken auf den Nerv drückt, dann kann es sein, dass du einen Schmerz oder ein Taubheitsgefühl oder sogar eine Lähmung hast, die das ganze Bein runtergeht. Ganz häufig betroffen ist ja ein Schmerz, der in die Wade geht. Manche haben auch den Schmerz so in der großen Zehe und manche haben einfach einen Schmerz, der einfach hinten am Bein heruntergeht, bis vielleicht auf die Außenseite des Fußes oder an die Ferse. Das sind so die häufigsten Lokalisationen. Manchmal geht es auch nur so in die Leiste oder so in die Innenseite vom Knie. Das sind die weiter oben gelegenen Bandscheibenvorfälle. Und so ein Schmerz dort, der kann relativ lange bleiben, je nachdem, wie fest dieser Bandscheibenvorfall drückt. Da gibt es verschiedene Gründe, warum es manchmal etwas mehr drückt und manchmal weniger. Erstens mal kommt es darauf an, wie dieser Bandscheibenvorfall liegt. Es gibt verschiedene Positionen. Der kann einfach mal an einer Stelle liegen, die grundsätzlich nicht so auf den Nerv drückt. Es kann sein, dass der Vorfall genau in einem Nervenausgangsloch liegt, also in einem knöchernen Kanal, der von drei Seiten mit Knochen bedeckt ist, wo der Nerv drin ist. Und eine Seite ist eben der Bandscheibenvorfall. Oder es kann sein, dass es gerade außerhalb eines solchen Kanals liegt und da diesen Nerv ganz isoliert drückt. Oder es kann sogar sein, dass der Bandscheibenvorfall zwischen zwei Nerven liegt und auf beide drückt. Dann kommt es darauf an, ob das ein harter oder ein weicher Bandscheibenvorfall ist. Der weiche Bandscheibenvorfall, fange ich mit dem mal an, der stellt sich auf einem MRT oft sehr hellgrau dar. Der ist sehr wasserhaltig, zumindest in der entscheidenden Aufnahme. Und dieser Vorfall, der hat einfach nicht so einen hohen Druck und ist auch für Behandlungen besser zugänglich, als wenn das ein dunkler Bandscheibenvorfall ist, der eher sehr, sehr hart und wenig wasserhaltig ist. Denn der hat insgesamt natürlich eine andere Härtekonsistenz und drückt dadurch mehr auf den Nerv. Und dann kann es natürlich sein, wenn der Bandscheibenvorfall noch nicht so ganz geplatzt ist, sondern wenn er vielleicht noch unter diesem Band im Rücken liegt, ein sogenannter subligamentärer Vorfall, also ein Vorfall, der unter dem Band liegt. Dann kann es sein, dass der einen unglaublich hohen Druck in sich hat. Und dieser wahnsinnig hohe Druck, der ist deshalb noch da, weil dieser Vorfall noch nicht endgültig geplatzt ist. Ein ganz großer Vorfall hat oft ja Platz gefunden und hat sich schon überall verteilen können. Und es kann sein, dass ein großer Vorfall deshalb überhaupt gar keine Schmerzen macht. Ein Bandscheibenvorfall bildet sich grundsätzlich eigentlich von selber zurück. Es kann aber sein, dass es lange, lange dauert, bis dieser Vorfall sich zurückgebildet hat. Also durchaus zwei, drei Jahre, wenn man Pech hat. Kann auch manchmal so sein, dass es nur mehrere Wochen dauert. Warum das manchmal schnell geht und warum es manchmal langsam geht, das kann man nicht sagen. Das, was wehtut grundsätzlich, ist ja nicht der Bandscheibenvorfall selber, sondern immer der Druck auf den Nerv und auch die dadurch entstandene Nervenentzündung. Vor allem eben an dieser Stelle, wo dieser Vorfall drückt. Um diesen Schmerz am Nerven wegzubekommen, da gibt es ja vier Möglichkeiten. Und diese vier Möglichkeiten, die erkläre ich dir. Das erste ist der Faktor Zeit. Den habe ich schon angesprochen. Irgendwann bildet sich einfach von selber dieser Vorfall zurück. Und auch die Entzündung des Nerven bildet sich von selber zurück. Das zweite, was du machen kannst, ist Platz schaffen. Platz schaffen kannst du auf wiederum drei Arten. Erstens mal kannst du Platz dadurch schaffen, dass du dafür sorgst, dass deine Muskulatur länger wird. Das geht entweder durch Wärme. Das machen ja sehr viele. Einfach viel Wärme führt dazu, dass der Muskel sich wieder ausdehnen kann. Du kannst auch zum Massieren gehen, wo der Muskel ein bisschen bearbeitet wird, das dann nachlässt. Du kannst Dehnungsübungen machen. Mit dem kleinen Haken, dass Dehnungsübungen manchmal den Bandscheibenvorfall Schmerzen ein bisschen verstärken. Aber man kann es zumindest versuchen. Man kann versuchen, mit einer Behandlung auf einer Streckbank oder einfach dich in die Länge zu ziehen. Oder dich in Richtungen zu beugen, die einfach mehr Platz schaffen. Das ist alles möglich, um hier eine Entlastung zu bringen. Nachfolgend danach muss allerdings der Nerv immer noch selber abheilen. Wenn du schneller Platz schaffen möchtest und auch gleichzeitig dafür sorgen möchtest, dass die Entzündung des Nerven sich verbessert, dann braucht es in der Regel einen Arzt, der dir eine Spritze geben kann. Und zwar genau an diesen Bandscheibenvorfall. Man nennt das dann nicht Spritze, sondern man nennt das dann Infiltration. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Man kann das durchaus mal in gewissen Arztpraxen so machen, dass man das blind macht. Also das heißt, dass der Arzt dort ohne weitere Hilfsmittel hinspritzen kann. Das können aber nur sehr wenige. Besser ist eine Methode, wo man ein bildgebendes Verfahren verwendet. Das heißt ein Röntgen oder ein CT und unter diesen dann eine Nadel genau dort platziert, wo dieser Bandscheibenvorfall ist. Man nennt das zum Beispiel eine epidurale Injektion oder epidurale Infiltration oder eine sogenannte PRT, eine periradikuläre Therapie. Das gibt es wie gesagt unter Röntgen oder im CT durch einen Arzt. Das hat große Vorteile, das so zu machen, weil dadurch die Nervenentzündung sehr, sehr schnell beseitigt ist und auch der Bandscheibenvorfall sich oft etwas schneller zurückbildet. In vielen Fällen muss man eine solche Therapie zwei bis drei Mal machen. Bei uns ist es so, dass es meistens mit einer einzigen Infiltration so 40 bis 60 Prozent besser wird. Im zweiten Mal sind wir meistens so bei 80 Prozent und dann braucht es vielleicht noch ein drittes Mal, damit es ganz gut wird. Die Infiltration, das war Punkt drei und dann bleibt natürlich am Schluss die Operation, das ist Punkt vier übrig. Bei der Operation wird natürlich einfach Platz gemacht, das heißt der Bandscheibenvorfall wird entfernt. Der Nerv hat wieder Platz und insofern ist das natürlich die effektivste Methode, aber natürlich nicht die Methode, die man als erstes ergreifen sollte logischerweise, sondern natürlich ist es immer sinnvoll, vorher was anderes zu versuchen. Als kurze Zwischenbemerkung, dafür gibt es natürlich noch andere Videos von mir. Die Operation ist an dem Bandscheibenvorfall nicht das Problem. Viele haben ja das Gefühl, wenn man es operieren muss, hinterher kommt es dann eh wieder. Das ist klar, denn man muss etwas dagegen tun, dass ein Vorfall nicht wiederkommt. Das ist mit der Operation alleine natürlich nicht erledigt. Ich möchte noch auf eine Besonderheit eingehen von dem Beinschmerz. Und zwar gibt es manchmal einen Schmerz, der kommt immer und immer wieder. Und wenn ein Schmerz immer und immer wieder an der gleichen Stelle kommt, dann ist es meines Erachtens schon etwas, wo man über eine Operation auch nachdenken sollte, weil es einfach durch diese Bewegung, die du möglicherweise machst, dann immer wieder den gleichen Schmerz auslöst. Und wenn du das mit einer Therapie nicht wegbekommst, dann ist es etwas, wo ein Bandscheibenvorfall immer wieder auf die gleiche Stelle draufhaut bei verschiedenen Bewegungen und es sich zwischendurch immer wieder beruhigt, vielleicht auch mit Therapien beruhigt oder mit Infiltrationen beruhigt, aber es doch immer wieder auf die gleiche Stelle drückt. Dann muss man sich überlegen, ob man das entfernt. Und dann gibt es ja noch den zwar sehr seltenen Fall, aber diesen Fall gibt es auch, wo ein Schmerz in das Bein dauerhaft bleibt. Und zwar ein Schmerz, der immer da ist, ganz unabhängig davon, ob du eine Bewegung machst oder keine Bewegung machst. Und wenn du einen solchen Schmerz hast, dann gibt es die Möglichkeit, den Nerv zu behandeln, an dem dieser Schmerz sich entlangentwickelt hat. Und da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich sehr, sehr gerne nutze. Das ist die Behandlung durch Axomera. Das heißt, es werden entlang eines Nerven kleine Sonden gesetzt und dort an dem Nerv wird ein elektrisches Feld angelegt. Und das kann in gewissen Fällen, wo ein dauerhafter Schmerz besteht, noch dazu führen, dass der Schmerz hier sich zurückbildet. Da habe ich eigentlich sehr, sehr schöne Beispiele bei meinen Patienten gesehen. Das geht aber wirklich nur, wenn der Schmerz dauerhaft da ist und nicht abhängig ist von gewissen Bewegungen, wo er mal kommt und mal vergeht. Was du versuchen kannst natürlich, wenn du jetzt akute Schmerzen hast, dann probiere doch mal meine Übungen aus. Unten bei meinen wichtigsten Videos, da findest du ein Video über die Bandscheibenvorwölbung. Und vielleicht helfen dir diese Übungen etwas, denn wenn du deine Muskulatur vorbereitest und erst dann die Übungen machst, dann kann es sein, dass der Muskel geschmeidiger ist und du dadurch auch bei Dehnungsübungen nicht so einen hohen Druck auf diesen Bandscheibenvorfall ausübst. Und vielleicht hilft dir das jetzt in deiner akuten Situation. Und ansonsten musst du eventuell einen Arzt auch suchen, der dir weiter helfen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Sturft-Doc, Dr. Christian Behrend. 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 Vielen Dank.